So, mal wieder Zeit für ein bisschen Hearthstone. Ich habe eine Druiden-Quest, spielen wir dann mal. Druide oder Schurke? Schurke spiele ich nicht ganz so gerne, deswegen probieren wir hier mal den Druiden. Heute ist der zwanzigste Witzzeit, das ist ein bisschen Leather Climbing-Betreiber. Ja, Entschuldigung. Seus. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Okay. Was ist das wohl für ein Deck? Ah, fuck. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. So, was machen wir denn? Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Töne. Ja, Entschuldigung. Das war's für heute. Ich würde sagen, Falrio kann man nächste Runde ausspielen. Wenn das schon mal weg ist, ist das schon mal ziemlich geil. Hm, cool. Okay. So, da könnten wir... Ein Zoolog-Spiel will ich die Kleinen hinbekommen. Ich glaube nämlich, dass ich auch eine Warlock-Quest habe. Umso besser. Ja, ja. Ich bin erstmal echt mal gespannt auf das neue Addon. Vorbestellt habe ich schon, wie man sieht, im Kartenrücken. Ja, normal. Du wutz! Ja, ich bin da. Oh, sorry. Okay. Ich bin da. 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 Hm, bevor er Bra spielt, was ich das mache. Macht er vielleicht eh. Ich bin da. 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 ... 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 jetzt brawl das wirklich dann wäre es nämlich wieder scheiße gewesen gewonnen und wie sieht es mit der quest aus 24 von 30 und 1 von 2 wo dann er hat w 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 Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Interesting. Das war's für heute. Okay. 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 Oh. Swipe. What to do? Where shall I strike? Put this apple on your head. Who dares summon me? Where shall I strike? Oh, bye. Nicht sehr beeindruckend. Und jetzt die Combo halt bin ich halt tot. Schaube. Jupp, da waren wir auch schon. So. Das war's dann von mir. Ich hoffe ihr hattet Spaß, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis denne, ciao. Ciao. Ciao.